Also das Aufwachsen war klassisch auch am Hof, weil der Papa ein Bauernhaus gehabt hat. Nach der Schule heimgekommen, im Winter die Ski genommen und gleich Skifahren gegangen, da auf die Säle fahren. Und ja im Sommer auch viel mit dem Rad unterwegs gewesen und also eine von den besten Kindheiten glaube ich, was man sich so vorstellen kann im Land. Aber richtig zum Schätzen habe ich dann eigentlich erst gelernt, wie wir aus Österreich rausgekommen sind und teilweise auch in der Stadt gelebt hat. Und dann redet er mit einem Spielkollegen aus der Karibik und der sagt auch sofort, tauschen mit dir, wenn er die Fotos von unserer Umgebung da sieht. Ja, also jetzt sind wir auf der Hohen Säuf und das ist von meinem Haus gehe ich fünf Minuten, bis ich am Anfang vom Berg bin. Und das ist halt pure Freiheit, wenn du nachher immer weiter aufkommst, immer mehr die Berge nachher siehst, wenn du den ganzen Gipfel oben stehst. Das ist auch so ein Freiheitsgefühl, das kriegst du in der Stadt nicht her. In Lissabon bin ich jetzt gerade daheim und da hast du das Meer. Ist auch schön, aber im Endeffekt sowas ist ja unbezahlbar. Es gibt genug Leute, die was mit mir tauschen würden. Und ja, also für mich ist das die Meditation, was ich brauche zum Oberkammer.